ja hi und willkommen mein name ist daniel p und ich bin mit dem bario master und wir begrüßen euch zurück zur haft eine woche ist es her und jetzt sind wir wieder auf wieder bei wir sind wieder auf unserem fluss und ich sehen aber aber wisst ihr mal was das gute darin ist freunde wir sind neben ja gut ich habe fast jetzt wo wollen wir einen watt wollen wir machen wir sind die jahre auf kurs ja wir sind im grunde genommen auf dem weg mitten ins nirgendwo und ich muss heute mal was trinken ich bin relativ verteidigen sich im fluss zum einkassieren ich habe einen heilen ich nicht ich habe viel ständig nicht grillen kann ich muss ich muss eben was trinken trinken das ist ein fass moment du fasst das nicht fassen hier so hast du irgendwie diesen hammer mit dem man irgendwie plattform mehr ausbauen kann gemeinst du meinst normal habe ich glaube wir sollten erst mal so ein bisschen ja das fluss größer machen okay so von zehn von zehn ja aber ich kann jetzt leider nichts mehr machen denn ich habe kein kunststoff mehr gott gibt mir noch mal auf es war tab und staub ich habe 14 kunststoff herein und heißen dekorationspaket anscheinend ich habe mal rein ich baum du hast gelernt stuhl ich habe eine kiste eingesammelt mit ganz vielen planen und dekorationspaket das so wie gesagt ich habe wieder kein kunststoff 1 2 3 4 5 6 jetzt sind ich habe immer zwei dinger nicht drauf da sind ein hausen ich weiß weiß aber dieses fass ich konnte es nicht alleine lassen was ist bloß das muss bloß warte mal neue baupläne ich dachte wir werden automatisch hinzugefügt ich möchte benutzen kann ich die einfach hier reinpacken ja der büro ich sterbe also so wissen wo bist du denn da ist angefangen hat der fläche richtig ich versuche einfach so da am typos ein bisschen wasser hatte ich die pause im wasser ja es ist ein ding man hatte ich versucht zu denen zu schwimmen da bleibt hier habe ich doch ein paddel irgendwo gott ja du bist wir am weg schwingen weg noch ein bisschen näher dass der hei es bewegt sich richtig angeln versuche ich mal zu angeln da soll ich einfach aufgeben und mich wiederbeleben lassen weil ich komme da noch voller pfass ins bett legen was passiert ich dachte ich wäre tot warum bin ich am leben ja geschehen das leben gerettet und dann los ich sehe da hinten was ja ja da will ich die ganze zeit nach dieser vergehen ich habe keine waffe warum habe ich keine waffe so was man muss man hier plank platzieren einer wird ja gar nicht gekocht sich kann ich kein wohl dass es nicht gekocht wird warte 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 zu essen ich habe gerade was gegart oder dass du hast du hast den heike gart oh mein gott ja ich habe mir jetzt gekillt oder du hast hingekriegt ob du hast sie das schiefband gehabt habe ich gerade gesehen hast du nicht auch bekommen wenn ich ja ich habe den heikel du hast ob ich den vorgekehrt letztens jetzt kommen wir nicht also ich habe ich habe ich habe beide achievements bekommt tatsächlich aber ich ist es mal mal dass ich es war den garten hat ein viertel gegeben hatte mal so ein paar so ein paar brettchen hier so eine ganze reihe machen irgendwie damit wir so in die breite gehen ein bisschen ja ich will will ich ja tun ich habe kein kunststoff kunststoff hier ist das ganze 20 kunststoff ich weiß nicht wie viel braucht zwei planen und zwei mal kunststoff empfänger nötig zum aufwinden von funksignalen in der nähe hat glaubt dann werden wir gerettet ich habe hier ein rezept von empfängerarbeit das habe ich auch ich habe es bei mir ins lager gelegt nicht so gut wie das an warum ein gut wir können das ernten ernte das ja mal ernten melone ich weiß gar nicht was ich bekommen aber da ich nicht drauf geachtet habe denn da kommt schon wieder nicht dahinten zu dem fluss hin reiten sind fässer wo ist das eine fette melone dann gehen wir woanders hin irgendwie kommen wir nicht dahin ich habe noch melonsamen hier bei euch wieder wasser zum 1 immer so dass sie uns was zu trinken mache ja das überleben hat haben wir ja geschafft mehr überleben läuft ja jetzt überleben da geht da das kriegen wir jetzt hin wenn ich sage auch mal dafür ich glaube ich habe keine planen ich habe keinen planen so okay ich habe ich habe ausgebildet man sachen ja anders passiert ja man tut ein paar x gedrückt halten habe ich dann habe ich nachgeguckt irgendwie letztens wenn man x gedrückt hat dann entfernt man die sachen dann gehen die wieder ins inventar rein und da kann sich noch mal platzieren so was mag ich gerne ich bin immer so ich bin immer so eine person ich denke mir mal so ordert steht da so nicht richtig muss er irgendwo anders passieren also dann soll solltest du gar nicht nicht animal crossing spielen ja ich weiß du hast du hast du hast ein tick dafür ja animal crossing der bauen in dem spiel war so frustrieren jeden eines der dinge wie extra zu platzieren ich bin da knabbert jemand ich höre dafür ich versuche ressourcen zu sammeln da in der dinge geknabbert war nein nein das hat sich überhaupt nicht gelohnt da waren zwei planken drin aber kunststoff ich glaube ich sehe da hinten ich sehe da hinten insel ich tue mal die beiden die beiden wasserdinger tue ich mal irgendwo hin packen damit man nicht immer die ganze zeit uns verirren untersuchen müssen was heißt hier verirren unser fluss ist nicht gerade groß längst von der ersten fast und ja ich versuche es ja zu greifen so mein gott ich bin ja fast ja fast mit trinken war ganz viele planken da waren nur planken drin in dem fast planke blanke das habe ich doch gerade gesagt habe ich doch gerade gesagt ich mache mir doch mal so ein hammer zum bauen das ist eine gute idee so ich hatte schon ein ich habe schon einen oder so machen es wäre auch nicht schlecht ja wenn wir da hingehen ja aber ich brauche auch für eine axt brauche ich ein polzen ich weiß nicht wie ein polzen machen kann polzen keine ahnung wo ich wollte unbedingt polzen ja so einige sachen müssen wir noch nicht wobei ich eben packen was wollte ich auch noch er könnte ein zweites lager das wäre eine gute idee wo findet man die dinger noch mal ich glaube ich kriegt man glaube ich auf anderen floßen lagerräume ich höre das stück du dummisch stück ich kriege ich kriege ich glaube sie deine kiste so für nein ich komme nicht an die ich komme nicht an diese kiste rand nein so lagerräume kunststoff bräuch acht stück wir wollten so eine fernkampf war für glaube ich weil die rennen immer weg irgendwie vorher mit dem vogel das ist gegeben der einnahme getötet letztens steuere auf die insel zu aber genau so glaube ich glaube ich habe die random generiert eine alte insel ist immer schon gefunden i have no idea wir sind wie das hier so abläuft woher soll ich das wissen ich spiel es da auch noch nicht so lange ich weiß nur ich habe gesehen leute sind irgendwie auf so riesigen inseln irgendwann mal gelandet mit irgendwie größeren tieren und sobald alles wir wollen wir möchten echt mal eher so aus der hänge hänge matten dass das wir auch ganz cool wir steuern dass die stelle lässt sich die nacht durch schlafen und kann verwendet werden um bewegungswege freunde wieder zu beleben das wiederbeleben in einer hängematte liefert noch mehr sind halt als ein einfaches bett dann jemand gesund hat ja damit da kommt der lud ja ich habe gesehen erstmal gehen wir auf die insel aber aber der lud ja den kriegen wir schauen wird schon nicht weg gehen nämlich ein vogel der vogel rosa da habe ich auch letztens eine vogelscheuche irgendwie gesehen die man bauen kann aber ich glaube ich gesehen so ich sehe ein vogel der pflichter und diese scheiß möbe also dann mal wieder zurück nach hamburg gehen also eine axt oder ich halte aber mein haken in die luft ich beobachte den vogel ich meine hier für die insel ich habe keine axt machen ich auch nicht verdammt oder doch ich kann mir eine stein axt machen und habe eine stein axt nein du stück da hat ein ding weg gesnackt doch ich versuche mal herum zu stellen ja wollte ich gerade sagen kannst du uns ein bisschen manövrieren naja geht aber sehr lang ich orientiere mich an unsere kerze das einzige licht hier ich hoffe da ist eine insel die man nicht schon besucht haben weil sonst ist sie wahrscheinlich lerne ja darum sich bäume schon mal gutes zeichen ja das ist ein gutes zeichen ein zeichen dafür für dass ich sie kaputt machen kann ich bin gewillt sachen kaputt zu machen ja ich weiß manchmal da war ich es nicht einer muss ja hier bleiben damit die vögel nicht unser zeug weg essen da gehst du dahin aber nicht darum bringen weil so sehe ich kann kein anstieg und erst mal erst mal muss ich was essen und ich muss was trinken und ein paar der stände vogel nur stecken ich krieg dir nicht immer so ich werde mir eben was zu essen machen und ich werde mal mich um ich komme noch nicht näher ran und ich werde mich mal eben um trinken kann man ins bettchen legen ja moment lassen wir eben was trinken ja was habe ich schon als vorbereitet irgendwie schon wieder vor der vogel nein ich kann ja ich habe einmal getroffen in der luft ich habe das ist immer der gleiche weil sonst bringt das hier nichts ich warte auf den ich kriege am boden soll ich warte auf den investor kommt er soll man ja kommen damit war ich näher weil die die sehe schon wieder stelle sich niemand als auch wieder mechanik in diese spiel planke planke nein dadurch mit etwas wenn ich da rankommen ich habe vogel oder wagt ich habe das ding im auge ja fällig war melone ist fertig muss eben das haifleisch essen haifleisch schon mal gegessen ich auch nicht ich sehe sie dann fast da finde ich gut ich kriege mal melonsamen dafür am ende da meine bitte jetzt wasser süßwasser vom schlafen gehen aber machen ja aber da ist das nicht nur eben die planke mitnehmen und kunststoffe das ist so übelst wichtig ja irgendwie schon und schlafen gehen ich habe noch nicht geerntet ich soll ich dann wachsen ich meine ich habe da noch nicht gegießt er braucht frisches wasser ich kann ja immerhin muss wasser tomate mal weiter rein ich habe jetzt salzwasser ja warte moment ich habe auch ganz wasser ich will es mal eben mit süßwasser pflanzen so abgepflanzt übrigens guten morgen guten morgen das war trinken links ist 1 rechts ist bei 1 da kann man mal bitte dahin schwimmen warum ist diese jetzt schwer so ruhig ich verstehe es nicht warum ist sie überhaupt ruhig wir bewegen uns davon von weit von der insel weg ja ich habe natürlich schon in die richtung ich baum paddel was kann man denn noch haben irgendwie ich brauche zwei planken und fünf kunststoff dann kann ich uns dahin manövrieren also kunststoff kann ich die gera der hei der hei du du mischt langsam unser ganzes dinge weg snacken ja das dritte ding hat er weggefuttert hat ich habe ihn erledigt die federn war speisen sogar die idee ich sehe sie gerade man kann insgesamt 20 teile von einem tragen dinge sind wenn die da landen ich möchte man hat segel ja weg machen bewegen uns gar nicht immer mal in irgendeiner richtung müssen wir uns mal bewegen ja und die mal ein paar seite mit der nix haben wir die ganze hier stehen bleiben wir wollen die ganze zeit klamotten und so ja ich könnte machen im moment keinen sinn nützlich um zu wissen welche richtung vorwärts ist gehen wir einfach irgendwo hin erst mal so jetzt bewegen wir uns ja nicht mal wieder die insel erreichen wir haben schon so viele inseln ignoriert weil wir uns einfach nicht vorbei weil ich da hinsen essen hühnerkeulen kann sie kann ich diesen lachs nicht da empfangen oder sehr zu groß da passt hier nicht hähnchenschenkel das nicht so ein ruder oder wie gesagt man gehe ich ein bisschen angeln irgendwie tut es ja gerade nix hier irgendwie nicht das war jetzt warten ist die see wieder in die stimmung ist sich zu bewegen auch unbedingt mal wieder so eine angelrote habe ich glaube ich habe ich glaube ich nicht so irgendwie eine andere wurde zu machen ich habe keine planken so was ist das denn mechanische schrott ente weiter was hast du da gerade geil ok ok hier sehe ich ziemlich gut aus kann man ja auch essen nein ich glaube nicht ich glaube das ist schon eigentlich mal zu essen war nicht jetzt war ich unbedingt mehr planken und ich brauche noch jetzt wollen noch ein paar peinblätter ich glaube ich gerade nicht können könnte ich mir könnte ich mir nicht eine enge wasser machen so weiß das hier der weitere passende ausstattung ressourcen ich tue man hat segel dahin lenken wo die wellen hingehen ja irgendwo hinkommen wir ja wir müssen ja irgendwo hin wo ihn bewegen sich dahin wenn wir uns dahin ne ich war da war ein mein gott so weiter angeln ich sehe schon der heil wartet da kommt hier direkt auf und zu oder oder doch oder der kommt auch nicht zum knabbern oder so gut ich kümmere mich hier unten ich kümmere mich um die versorgung ja ich auch doch es geht jetzt auch noch so aber dabei hier noch ein kleiner makrele hering meine ich warten jetzt herring oder makrele ja weil über den boden gefallen hat ich werde mir diese gebraten im makrele mal können ich sage so lange weiter ist meine eigene routier kaputt geht ja ich habe ich habe leider keine breiter mehr woher welt habe ich doch schon nicht so groß sind schon zwei rohre wälze ich war dann knabbern hinter der ja der nächste herring kein platz ich brauche ressourcen und da sind welche und ich erreicht sie nicht da kommen ressourcen mein gott zwei bretter auf einmal direkt übereinander gestapelt ein bisschen ressourcen sammeln sollten wir mal hier planke klanken brauche ich so viele kunststoff keine verfehlt ja da kommen so viel zeugs ja erst mal danke danke weiß eine kiste das ist ein fass also gleich und sprechen diese kiste verdammt und die gleichung entspricht dieser schachtel genau ich konnte mich kein geschenk für dich leisten aber wenigstens die schachtel also zwei fässer sind ja hier ist so viel zu jetzt neues gebiet kommt ja jetzt schnuck ich hab's schon ein anderer ja ich habe sogar dekorationspaket jetzt mal direkt aufmachen was ist drin du hast gelernt motivation sprach noch was soll ich dir mit der scheiße können wir ein stück meine 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 meinst kommst du stück so schrott dekorationspaket noch mehr fässer und endlich mal geht es ja voran ja das ist unser loot meine 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 kommen so viele fässer was zum starten wahl das war ja da in der richtung weiter oh mein gott oh mein gott aber ich wollte mir das ansehen da war so groß da war ein buch war er war so groß vor allem war er so schön da kann man auch machen hätte viele haben auch schon gesehen nein es wäre eine insel vielleicht kriegen wir diesmal wenn man ein paar sachen eingesammelt hier also lieber treiben lassen ok habe ich mir gefunden bei dem blut der hier ist möchte ich davon du hast gelernt federkeil jetzt kann ich schreibe das kann ich meine man endlich verfassen ausgezeichnet man letzten bild schreiben du und morgen das schnitt lache ich habe durst und ich habe hunger und ich kriege keine luft mehr das t-shirt ist zu eng ich kriege keine luft mehr verstehst du nicht du melone wieder fällig rom nom 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 halt aber nicht von der melone nein kann sie nächste haben ja und immer die nächste und für den letzten bein weg ist jetzt kann ich mir auch erstmal hier vernünftige sachen machen hier ich kann uns auch ich habe ich habe uns sammelnetz gemacht ja sehr gut ganz irgendwo platzieren und ich habe am vogel gesehen ich habe den schatten von einem vogel sehen ich war 9 und 9 haken gleich ich habe es mal hier hingesetzt hier kannst du sehen ja ausgezeichnet hatte ich habe mal ein paar stellte zur not ich brauche ich brauche wieder seile ich muss schon wieder seile machen einfacher will der reich seine 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 seile ich bin dann ein setz mein netz dann mein netz in ruhe kann man irgendwie reparieren auch steht sogar für weitere teile erhalten wie macht man das irgendwie kann man reparieren glaube ich jetzt schon wieder an diese insel vorbei das gibt es doch weiß wo es das gibt warte ich habe ein paddel und ich traue mich auch zu benutzen wie dieser verblöden insel leiten her nein ist doch laut ist eine insel ich glaube ich muss ja auch dahin auch dahin okay was essen muss ich auch tatsächlich muss auch lassen das war klar verplanken platzieren und dann mir den gebratenen hähnchen schicken können wo ich schicken magst du auch schicken naja was da was er da bambus na du mit stück weg so verfickte vogel warum unbedingt auch ein speer aber ich mache noch ein seil da wir sind da ich habe das flug bewegt sich nicht so weit weg ich gehe auch mal rein irgendwie ist ja nichts belegt gelbe blume zu blumen brauchen wir nicht die sind nur zum wasser belohne sehr gut war noch mal ohne andere das ganz tiefe mehr muss unser floss losgeber zum floss warte mal ich habe jetzt dann belohne das heißt wenn ich die jetzt erst dann kriege ich jetzt noch mal einen samen hoffentlich schlafen gehen ja aber ich habe im vorjahr gehört okay muss man mit der bemüde will schlafen gehen wer schlafen gehen ich habe gerade eine ganze melone gegessen warte mal moment mal wenn du gerade eine ganze melone gefordert hast wie kannst du den hunger haben erstmal schmeiße ich die blumen weg hab sie einfach ins wasser geworfen ja okay ich kriege auch wieder hunger was haben wir denn noch hier was kann man noch hier brauchen wir brauchen mal denken so ich habe hier kokosnüsse ich würde noch einen kleinen lagerraum hier bauen hast du drei kunststoff moment dann eben fressen ich kann aber auch was anderes pflanzlicher palmsamen das sind also bäume ja ich habe ich habe auch mangosamen oh mein gott ich habe einen bangosamen dann packt er ein es ist kein platz ich kann ich kann es nicht platzieren da kommen wir in ein netz aber da waren vier planken drin im netz was er damit habe ich schon ausgenommen ich habe 16 planen okay ich brauche mal einen haken sich gerade neun daneben wer kriegt sie so kriegt man haken da gibt es auch eine bessere version schon ja die schrottagen aber dafür brauchst du bolzen aber der hält erstaunlich lange der in dieser balken hat dieser balken sei schon dieser ich habe schon zwei planken bekommen weil die alle in mein netz geflogen sind ja sehr gut auch mein nacken ist kaputt der nacken ist kaputt hat man erst mal baue ich mir meine waffe ich bin jetzt erst mal ach ja genau ständig brauchen ich brauche wieder seile auch viele seile ich habe hier stück kürze ich habe mir welche gemacht so und jetzt mache ich mir erst mal eine waffe jetzt mache ich mir erst mal ein spät so häusen quallen jetzt sagt mir nicht dass du das und ich muss es das quali schaden können weil solche 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 mal eine lustige geschichte erzählen schweiz für ein bisschen abwechslung ok mein gott ist voll gesprungen ja was für eine geschichte wird es geht es geht um eine qualle und mir ich bin von der qualle gestochen worden ja 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 das bringt ganz schön es zwiebel so richtig in der haut und sehe ich den lud an den lud da ich muss jetzt nicht was hier drin hatte so geht es noch mal die mango und die ananas jetzt getrunken also das ist gerade ich will ich das salzwasser gesoffen oder ein süßwasser ich wollte das hier da reinpacken so ich brauche zu essen ich bin von man muss man angeln ja auch langsam aber oh mein gott und mein haken ist gleich kaputt kann man ja zu weit weg ich glaube glaubt dass der heilglocken glaube ich meine sammelnetz kaputt gefressen hat schon wieder am belz die kann ich nicht kochen wir sind so groß ich habe aber aber nicht so viel hunger moment mal man lager will ich auch schon die ganze zeit bauen welche schon überschwanken bin ja mit meinem kommentar so was ist denn sie brasse gesundheit so soll ich ja ich habe mal neue wasser reingefüllt aber ich kann gar nicht rennen wenn ich habe meins mein gott war das zeug ich bin vor ich brauche ich meine neue ich brauche ein kunststoff also ein kunststoff da kann ich eine kiste bauen was ich habe kunststoff ich habe ganz viel kunststoff auf wasser ich lasse die kunststoff fallen weil ich habe so viel müll dass ich hier nicht wenn ich jetzt mal mache ich unser fluss mal ein bisschen größer größere hergestellt ob mir ja das ist eine gute idee da kann ich gar nicht rote blumen den welt sind ich nicht kochen kann das ist eine gute idee denn da komme ich nicht mal so ich brauche zu essen nicht machen wir aber hunger habe ich ja auch tatsächlich ich soll vielleicht einige blätter in seile bauen wir die blätter für irgendwas und tue ich die allen seile ich habe ich kriege ja meine panik welchen vogel mittlerweile panik verfügeln irgendwie gar nicht so hax könnte ich mir bauen da war ich seine perfekt die fehler da rein ich habe doch so viele fische warum habe ich noch so viel so fucking viele fische weiße sasam eine blume zu erhalten ich habe einen mangosamen ich tue mal den mangosamen hier ein steinfeuerbauer planken irgendwie haben wir jetzt gar nichts neues wir haben schon alles hier aber haben können ich tue mal den heilkopf rein brauche ich im moment nicht du kommst du da hinten achte krieg ich nicht oder ich mache ich mal der vogel der vogel ich habe den vogel gerade versteucht ich mache ich mache mal frühstück ne ja ja ich wollte leute ich brauche gibt da hat er war weggesnackt war immer die sache immer dir weil weißt du mich den heilen ende sowie in banjo kasu ich nenne ihn lecker ich glaube er hat ein netzweck gesnackt ja 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 danke das ist mir auch schon aufgefallen und ich glaube das habe ich auch schon vorhin gesagt dass da einfach mein netzweck snackt hat so praktisch oder ein bisschen floss wenn man einkommen ist aber die sache ja ich angemeldet werden ich im wasser band gute idee natürlich natürlich das voll die gute idee oh mein gott meine haken ist gleich hinüber oder fast dahinten vorzessen dann möchte man den normalen danach herstellen wir kommen auf das fasten wir kommen wir kommen auf der auf das fluss zu aber ich habe einen genommen doch so ist das klanken platzieren so ich habe ich habe noch ein barsch ich gehe mal eben zum fluss ich gehe mal zum fluss nach dem fluss ich habe ein rezept bekommen und scharnier ich habe ja ich habe ein rezept moment mal für weit für eine gemüsesuppe man braucht kartoffeln und vier mal rübe erst mal die ganzen sache haben also was rüben angeht und kartoffeln wenn das habe ich alles und habe ich aus den kisten dann habe ich ja wieder gefunden du hast gelernt rosa jetzt kann man keine leid in der machen ausgezeichnet ausgezeichnet ich habe das rezept mal in die kiste gelegt naja aber ich glaube ich glaube wir brauchen irgendwas damit wir auch diese super machen können ja ja man so eine schüssel irgendwie soweit müssen wir da neue sachen ja mal finden ja irgendwie ich nehme an die kriegen wir durch diesen ganz großen inseln und so aber da kommen wir ja nie hin ja aber ich habe ich habe wieder ganz viele planen jetzt mal ressourcen über der einsamen jetzt dann ziehe ich dir eigentlich an die kommen doch eigentlich noch von zu sein gott und so noch warten wir verkosten diese netze sind überhaupt flagge ohr fehler keil feuer holz ständer sammeln jetzt planke tage und sei teil drei palten wetter auf einmal wo bist du natürlich der flog da ich bin bereit wenn aber irgendwelche fernkampfen geben also fein und boden ja was ist das was ist das das war ja du hast gelernt hibiskus jetzt kann ich voll fancy aussehen unter wasser um ihn anzuschauen oder hey lass mich die natur gestalten dass die heihe sich nicht die natur bestaunen wollen das war also mein lieblings tier das mit dem gefächs anschauen das größte tier der welt kletter pflanzen geleber ein bisschen wie leben ok ich kann mir stein pfeile machen ein durchschnittlicher holzfall mit einer steinspitze stein pfeil das sind das ist munition na ja wir haben keinen bogen ich habe immer ein paar abfahrt gemacht eine kartoffel melone du stück du stück also was wir machen können ich kann mir mal ein bisschen schwer oder so kann man das schon wir haben nur den holz schwer weil die sterben normalerweise nicht mit einem schlag die dinge deswegen ich gedacht wir wollen die stärke ist doch ich habe ich habe gerade gewonnen schottet ich habe die manchmal getroffen die sind dadurch nicht gestorben aber wahrscheinlich waren welche weil ich den kopf getroffen habe ich habe ich habe so fucking hunger wo wo war noch mal unsere grille da waren unsere grille ich war mal der kartoffel da rein für dich schon was gehört jetzt auch schon zeugs drin ja genau stimmt das sind das sind ja noch meine fläche drin ich muss mal hier beitragen eben eben kommen es gibt mir was ich bin auch hier ist noch ein gag und garter herring ich habe es natürlich nicht das ist mir fucking dunkel lassen lass schlafen gehen ich muss noch mal essen kurz noch mal essen da platzieren wasser wasser mit mein gesicht gespielt in dein gesicht aber jetzt bin ich am von man hat hat die kiste oder die kiste meine okay viel zeugs ich hoffe das ist dann bolzen drin wollte mich schrott stein sieht nicht so aus nein und nein ich habe gerade gesehen dass mein haken ist aber dies fast ist meins dieses was wird mein sein diese hat dieses und dieser kunststoff ich muss erst mal das ist ja noch nicht erkunden ich das hier mal eine rüber und kartoffel kartoffel also nicht und ich muss ganz dringend was trinken ich habe keinen melonsamen von der einen bekommen ich muss erst mal trinken trinken habe ich genug die melonen geben mir mehr wasser als als andere aber kommt ja ja wenn sich was in der ferne eine insel vielleicht da gehen wir genau auch dazu ausgezeichnet da ist die glückliche garte röwe und die noch nicht hier hergestellt sammelnetze könnte man herstellen nämlich an erinnern aber mann regel jetzt stämme 1 her so ich habe ich habe gutes frühstücke parat hat heute gibt es schicken zum frühstück genau da rein haha wer da geht daran der brüder da plant ich habe wieder einen neuen haken gemacht ich habe jetzt um das netz ein paar andere planken drüber gepackt damit der heiter nicht direkt weg es nicht apropos halten nein 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 ich konnte ihn nicht retten erwarte so wir haben wir haben es die grundlagen lagen heraus jetzt kann es nichts mehr aufhalten müssen wir nur noch neue sachen finden erstmal damit war irgendwie vorankommen glaube ich ja so geht dahin wenn man die sehen sie nicht erreichen dann krieg ich einen anfangen jetzt auch in der insel da wäre die ganze insel ja vorbeischwimmen aber wir können die nicht erreichen wegen keine strömen oder so dieses fass es wird eine lege es würde wird ein leichtes sein dieses fass ist nicht steinig und auch nicht schwer so ich habe ich habe auch wieder das fluss vergrößert so ich sehe es ist jetzt noch eben die federn hier rein noch nicht mal aus den palmblättern mache ich noch mal mache ich uns noch mal ein paar mehr seile ich sage baut ab in unserem ernte ding wasser wäre ich mir gleich ansehen auch wenn ich hier mal eben auf die ressourcen kommen insel wir sind da wir sind da wir sind nichts mehr stück meins meins danke fokus los in das baum von den damen ich habe mango sam eine mango ananas noch eine ananas merkt ja genau mehr merkte wir packen neben einer großen in braucht man diese blumen sind wir unter wasser ich wage mich mal unter wasser ich werde mich zurück aufs floß begeben sehr weit ist das was ist hat also was hat das hat lassen haken dran was ein haken drin muss dann haken dann sind durch sehe ich gar nicht was wieso irgendwann zwei nicht ersten haken aber ich kann ja nichts machen kann dann war zum boden sie das wieso oder irgendwie sowas damit aufgaben hat nichts gemacht oh mein gott da ist der ja der kam auf mich zu der wollte mich schon beißen aber ja er hat mich nicht getroffen ja 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 das ist das was du kriegst wenn du dich mit master anlegst und es hat mir so kann ich ja nicht bringt hat mich auch vom hauen also den haken symbol daran wenn ich dann ja dran gehe ja plötzlich sind wir sind durch die serie halt nicht ich werde wasser ich bin genau unter dem fluss aber genau und der fluss bist du genau unter flotten das tote dann tauchen wir lieber auf irgendwie am boden aber ich kann mit denen nichts machen ja ich verstehe was man machen muss draußen haken dafür du musst du musst du musst die du musst den haken unter wasser ausgerüstet haben und dann dann warten bis der balken voll ist dann kannst du nicht mit dem haken das teil einsammeln habe ich doch versuchen sie nicht genug ich weiß nur nicht was ich bekommen okay schrotter mal bekommen für schrotz schrott wir sind so steine überlegen kann man dann auch machen vielleicht tot ja ich habe einen stein bekommen okay okay ich muss ja ich bin so kurz kurz davor zu sterben also du musst mich gleich wahrscheinlich hier auf dem wasser fischen muss ich pack meine sachen erstmal rein ach so okay jetzt verstehe ich du hast du folge gesetzt der gedanke darum gibt steine die kannst du auch damit kaputt hauen hast du auf eine große anbaufläche okay kein wunder dass man die man gleich hinsetzen kann naja dann brauchst du eine große anbaufläche dafür ist aber kein problem ich könnte vielleicht eine machen warum sind die nicht alle aufeinander gelegt ist hat den kletterpflanzen glibber weiß ich da auch nicht ja ich habe auch eins bekommen als ich auf diesen diesen einem floß war da bist du ja ich kann nicht ich werde ich nach runter gehen aber ich bin fast tot aber irgendwie nicht rezepten einfach was movie aber das brauchen wir denn safter und wir haben keinen da eigentlich ist es nicht eigentlich schon zeit die folge zu beenden ja wir sind kurz davor ich will noch mal ja ich werde ich werde auch noch ein wichtiger wieder kommen ich werde erst mal eine kokosnuss essen ich bin ganz ein stein hier ein sagen wenn er kommt nach oben ich bin ich bin ich bin auf der insel du kannst du auch schon nach dem haus halten werde ich da unten am mienen bänden zu gucken dass hier nicht sterbe und die steine hier sind bestimmt nützlich sehen gar nicht ich sehe ich sehen auch nicht okay dann durch weiterhaken ich sterbe muss mich raus zwischen wo ist das da ist schrott also guter schrott schrott ich sehe nein da schwimmen er schwimmt da gerade lang ja wenn man ja noch viel hp also naja also habe ich bin ich auch voll aber metallerz meine dinge reinpacken in der forschung ding natürlich die forschung kommen kommen hoch wir sollten ihn so verlassen da kommst du hoch alter ist soweit weg druck hat daneben geschoben was komm her das tue ich doch mal reinpacken erzeugt was ich gefunden habe noch schon schrott reingepackt da drin stein ist im forsch nägel erforscht dann tue ich da kann ich nicht da reinpacken wieso nicht da steht erforschen aber geht nicht jetzt hier mit aus hier lernen tonschale bienenstock bienenstock spring klar okay jetzt mal im ernst was sollen wir bitte mit bienenstock auf bienen züchten ich hasse aber bin ich habe angst vor bienen da kommt mir nicht auf mein fluss allerdings nach vorging heitest der so fucking nahe ich will ihnen gerne ganz ganze zeit steppen hier da kann ich sein soll so mächtig so mächtig dann kann man ja für diese folge feierab machen nämlich an das erst mal schlafen warte ich trinke noch einen schluck vorm schlafen gehen da ist eine gute idee ich sollte auch ich sollte auch noch was trinken so habe ich irgendwas zu essen du hast nichts zu essen ich habe meine rübe und am paar ja 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 nimm dir ruhig ein paar rübe 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 das geht nur ja ja lüge lüge das gibt nur rübe es heißt es gibt eine rübe es ist dunkel ich kann ich nicht hören es ist so dunkel hier dann gehe ich mal schlafen ja ja ich bin wenn den ding aber fertig sein ja ich werde ich würde einmal was sagen das schon am schlafen stellen die rüben essen bevor ich sterbe ja 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 das war's das war's das war's ja gut und dann haben sogar darüber bekommen ich kümmere mich mal eben ums essen ja ja oh gott ich hab nicht mehr ich hab nicht mehr so viel oh mein gott ja man muss sagen kommt erst mal weg ja für diese folge war es das und dann geht es in der nächsten folge wieder auf abenteuer oder film bin es heißt master und nur unter nero machen die machen die mehrere unsicher jetzt fängt die musik an ich höre keine musik jetzt war jetzt ein paar zu Ende ich hab mir eine angel gemacht da habe ich wieder zwischen gehen also gut leiter bis so bescheiden jetzt mal kraft immer noch an die rät also ciao geht mir noch dieses fass okay